Ich bin Vivian Schmidt, Erotik-Star, Sternchen und ja, drehe schon seit 20 Jahren. Suriana Diamonds, das war von meinem damaligen Freund und mir unser Lieblingssong. Auf die Tiere und die Mitbewohner, ja. Zigaretten. Das wäre schön. Neue Herausforderungen, ich will was Neues erleben, Abenteuer und an meine Grenzen gehen. Und einfach mal was anderes machen und nicht das, was ich seit 20 Jahren mache.